Mh, macht heute das gut. Als Lehrling, ob man schon schön beim Essen? So, was trinkt. Seinen handwerklichen Fähigkeiten nachgehen können und dabei jeden Tag etwas Neues erleben. Das bietet das Traditionsunternehmen Meißl mit Sitz im Päuerbach in zwei abwechslungsreichen Lehrberufen an. Das ist Gas-Wasser-Heizung, der klassische Instructeur und aber auch die Bauspenglerei. Spenglerei ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf und das Blech ist auch nicht schwer. Das kannst du so leicht und so einfach in verschiedene Positionen bringen. Da brauchst du einfach keine Kraft dazu und kannst mit zwei Fingern einfach ein Blech umbiegen und darum hat man das eigentlich vollgetagt. Und auch bei der Installation kommt nie Langeweile auf. Ich finde es so klasse, dass man einfach immer zu leid kennt und du machst jeden Tag was anderes. Das ist einfach super an deinem Beruf. Dass man einfach zum Beispiel mal sieht von Anfang an vom Haus, wie man es macht bis zum Ende, wo es wirklich fertig ist. Das ist einfach schon schön zum Anschauen. Du kannst ja nur da eine Freude haben an der Arbeit, wenn du eine Verantwortung übernimmst. Und da schauen wir sehr, sehr bald, dass man die Lehrlinge sehr, sehr schnell an die Sache heranlässt. Wir haben einfach extrem gute Monteure, die dann gemeinsam mit den Lehrlingen einfach einen guten Job machen. Und der Lehrling freut sich, wenn er was selber gemacht hat, was er angreifen kann. Am Abend sagen kann, das habe ich gemacht. Melanie ist unter den Technikern das einzige Mädchen. Ausgeschlossen fühlt sie sich aber keineswegs. Die haben mich alle voll gut aufgenommen und es passt besser. Die Leute sind einfach super da. Du kannst die Gaudi haben, von der Vorweg bis am Abend. Wenn man in der Früh reinkommt, da jeder einen grinsen Gesicht hat und da man einfach in der Früh schon einen guten Spruch drauf hat. Und darum taut man das einfach, weil einfach ein gutes Arbeitsklima da ist. Ich merke das daran, dass unsere Mitarbeiter sehr, sehr gerne nach der Arbeit im Sozialraum beieinander sitzen und den Tag Revue passieren lassen. Wir haben diverse Veranstaltungen, die Grill Pool Challenge kennt man vielleicht. Die haben wir tatsächlich auch standardisiert und das ist immer recht der Gaudi. Ein erfüllter Lehrberuf mit einer Extraportion Gaudi obendrauf. Die Firma Meißl ist die richtige Adresse dafür.